Hallo meine Freunde, ich bin es wieder, euer Zeprau von playstationinfo.de und das ist der Wochenrückblick Kalender, wo es steht, doch darum fangen wir gleich an, weil es ist wirklich viel passiert und ich glaube, das wird hier schon ein bisschen länger werden. Deswegen einfach anfangen mit News Nummer 1 und das war jetzt wirklich eine Überraschung. Damit hat keiner gerechnet und es kam am Donnerstagabend dann eine Pressemitteilung und es geht um Entwickler Astragon verkauft an Team 17. Ja, richtig gehört. Astragon wurde verkauft an Team 17, ein Verein aus England, der auch ganz viel mit Gaming hat und ganz viel unter sich hat, also ein sehr groß bekannter Verein. Nichts Spektakuläres, wie gesagt, sitzt in England und Astragon wurde verkauft für runabout 100 Millionen Euro. Da gibt es ein paar Klauseln, die Summe für das, die Summe für das, für die Summe das. Das steht alles in der News drin, wie gesagt, Astragon hatte am späten Donnerstagabend noch eine Pressemitteilung rausgehauen und da findet ihr alle Informationen und ja, so eine Übernahme kann man sehen, wie man möchte. Es muss nicht positiv sein, es muss nicht negativ sein, es wird wahrscheinlich neutral sein, es wird sich wieso nicht sehr viel ändern, wir werden es aber auf jeden Fall mit der Zeit dann sehen. Aber überraschend kommt es alle Male. So, überraschend ist auch News Nummer 2 Übergang King und wenn es stimmen sollte, dass das kommt, würden sich glaube ich sehr viele von euch freuen, inklusive mir, weil ich finde es irgendwie, es ist ein Feature, was echt unspektakulär ist und eigentlich Standard sein sollte. Die Rede ist von der Abwärtskompabilität zu älteren Konsolen. Ja, richtig gehört, quasi auf der Playstation 5, Playstation 3 Spiele, Playstation 2 Spiele, Playstation 1 Spiele, vielleicht auch PS Vita Spiele. Den Kommentar Playstation 4 Spiele spare ich mir jetzt, zwinker, zwinker. Aber ihr wisst, was ich meine, dieses Thema wird schon so lange diskutiert und wir verstehen alle nicht, warum Sony da nicht einfach mal im Patch drauf ballert und sagt, okay, pass auf, ihr könnt jetzt Playstation 3 Spiele und so weiter und so fort spielen. So, nun ist ein Patent, ähm, nun ist ein Patent aufgetaucht von Sony, was genau jetzt dies hindeutet, dass dieses Feature wohl kommen wird. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich bin sehr gespannt drauf und gespannt sind wir auf auch News Nummer 3. Ja, richtig gehört, denn es geht um das Thema Playstation Now Guthabenkarten, Verkauf gestoppt, Statement von Sony. So, es tut sich was im Hintergrund, es tut sich die ganze Woche schon was im Hintergrund und eigentlich schon die ganzen zwei Wochen in 2022. So wie es aussieht, werden die Playstation Now Guthabenkarten verschwinden. Anfang tut es jetzt gerade in UK, da sind die aus dem Verkauf genommen worden und natürlich haben so ein paar Insider, dies, das, jenes auch gleich sich dazu geäußert und meinten, das hat damit zu tun, dass wir bald mit einer Ankündigung oder in einer nahen Zukunft mit einer Ankündigung von Playstation, ich nenne es mal Plus Plus rechnen können. Ihr wisst schon, der Game Pass hat Microsoft einfach super hinbekommen. Das ist Wahnsinn, dieser Game Pass ist super. Ich feiere den wirklich von Microsoft, Chapeau. Während Sony Playstation einfach in einem Winterschlaf ist und weiterhin zig verschiedene Modelle anbietet, die sehr teuer sind und eigentlich sehr wenig bieten, müssen sie auf jeden Fall dieses Jahr nachlegen. Sonst wird es schwierig, weil, wie gesagt, auch der amerikanische Markt und der asiatische Markt immer mehr in den Händen von Microsoft landet. So, also es könnte sein, dass jetzt Sony Playstation langsam damit anfängt, die ganzen Sachen zu stoppen, die Verkäufe zu stoppen. Jetzt erstmal auf jeden Fall in physischer Form. Um dann später dann halt, ich nenne es wie gesagt, Playstation Plus Plus ankündigen zu können. So, ankündigen zu können, können wir auch mal News Nummer 4 und ja, ja, da geht auch klar der Wecker hoch. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich auch wirklich mit ein paar Leuten drüber gesprochen habe und wir alle so ein bisschen schmunzeln und sagen, ja, okay, läuft bei Sony Playstation. Und zwar folgendes, ihr erinnert euch, wir haben vor geraumer Zeit berichtet, dass die Playstation 4 Pro und die Playstation 4 nicht mehr produziert werden, weil halt klar Chipmangel und Ressourcenmangel und alle Ressourcen in die Playstation 5 rein. So, bekanntlicherweise hat das jetzt in den letzten zwölf Monaten super funktioniert. Nicht. Und nun kam wirklich ein offizielles Statement und die Nachricht, dass die, ich lese jetzt mal die Überschrift vor, die PS4 soll wohl die PS5-Knappheit abfangen. Sony hat beschlossen, mehr Playstation 4 Konsolen zu produzieren als Playstation 5 Konsolen. So, mit diesem schönen Satz lasse ich euch einfach da. Die Quelle ist Bloomberg, also auch eine sehr groß bekannte Seite. Das ist also alles seriös und Fakt und liest euch einfach mal diesen Artikel durch. Es ist schon irgendwo ein bisschen Satire, muss man ganz ehrlich sagen. So, News Nummer 5 und, ah, das ist auch Satire. Und zwar in vieler Form. Nein, es geht nicht um GTA 6, wenn ich jetzt gleich Take-Two und Rockstar Games erwähne. Nein, GTA-Publisher Take-Two übernimmt, ich gucke mal, ob ich es richtig aussprechen kann, Snug, 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 Snug. Rekorddeal der Gaming-Branche. Ja, während Astragon für 100 Millionen verkauft wurde, oder gekauft wurde, je nachdem wie man es sieht, hat einfach Take-Two beschlossen, ach komm, komm, wir haben jetzt hier einfach mal knapp 13 Milliarden über, US-Dollar. Na gut, der Dollar steht so schlecht da. Da können wir uns auch einfach mal einen der größten Publisher überhaupt holen im mobilen Bereich. So, eigentlich, glaube ich, sogar mit der größte. Ja, es ist irgendwie krass, was gerade los ist. Einfach fast 13 Milliarden hat Take-Two ausgegeben. Leute, wenn ihr so heftige Budgets habt, was ist mit GTA 6, Red Dead Redemption 3? Ich sage nichts mehr zu. So, sagen tue ich auch bald nichts mehr zu, der News Nummer 6 weiß, könnte indiziert werden und dann dürfen wir ja nicht mehr so darüber reden, außer über die deutsche Fassung. Stimmt, dann darf ich ja drüber reden. Alles klar, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Die Rede ist von Dying Light 2. Soll gewaltigen Umfang bieten, ist das Spiel zu groß? Ich muss ehrlich zugeben, ich werde es persönlich ein bisschen vermissen, über Dying Light und Gossip zu philosophieren und zu reden, weil da ist ja wirklich in den letzten zwei Jahren so viel passiert. Es war herrlich auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt nochmal so kurz vor dem Release des Spiels eine Nachricht, die man positiv, negativ oder einfach, ja okay, cool, auffassen kann. Und zwar folgendes, wenn ihr das Spiel komplett mit allen drum und dran spielen wollt, habt ihr einfach 500 Stunden Spielspaß. Jo, denkt daran, wenn ihr es jetzt noch vorbestellen wollt, dann natürlich auch über unseren Link. Ihr zahlt nicht mehr und unterstützt das Projekt. Aber auf jeden Fall bestellt die Piggy-Variante vor, weil die ist ungeschnitten und die FSK-Version ist geschnitten. Und dann alle Informationen dann auch im Artikel. So, jetzt die letzte News. Zu guter Letzt. News Nummer 7. Und ich glaube, da werden sich auch einige Harry-Potter-Fans freuen. Die Rede ist vom neuen State-of-Play-Event. Und zwar kommt das jetzt in Kürze. Titel im Gespräch und so weiter und so fort. Und der Titel, der wohl da auf den neuen State-of-Play gezeigt werden wird und angekündigt wird, also Release-Datum wird angekündigt, das Spiel ist ja schon angekündigt, ist wohl Hogwarts Legacy. Und Hogwarts Legacy ist ja auch schon über anderthalb Jahren verschoben worden. Auf jeden Fall ist es auch so weit, das ist jetzt gerade durchgesickert, dass das Spiel wohl auch früher kommen wird. Es sollte im letzten Quartal 2022, also dieses Jahres erscheinen, wird wohl früher kommen. Und ja, es wird auch ein Multiplayer bieten, dies, das, jenes. Und die scheinen irgendwie da doch ein bisschen vorangekommen zu sein bei dem Spiel. Also, neues State-of-Play-Event kommt in Kürze. Wahrscheinlich werden wir da auch was mit der PlayStation VR 2 sehen, denke ich mal. Aber wie gesagt, Hogwarts Legacy ist wohl gesetzt. Da gibt es auch schon ganze Leaks und so weiter und so fort. Könnt ihr euch denn ja News angucken, da gibt es keine Leaks, da gibt es nur die Informationen dazu, keine Bilder oder sonst irgendwas. So, Freunde, mein Name ist The Probe, sucht PlayStation-Info.de, kommt gut in die neue Woche rein und dann schauen wir mal, was jetzt noch so alles passiert. Bis dann, tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017